Was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 21 Video hier auf meinem Kanal, schön dass ihr mich am Start seid Leute, ich nehme das Video hier gerade am Mittwoch um 20, also kurz vor 20, es ist gerade 19.52 Uhr auf, ich habe es ein bisschen vorproduziert für den Donnerstag, genau das, allerstes wollte ich mir natürlich bedanken für euren Support im Livestream, das war wieder absolut wild mit euch, Es sind neue VIPs gekommen, nochmal Grüße gehen an euch raus, vielen, vielen Dank für euren Sub hier und natürlich auch an alle die gespendet haben, generell alle die am Start waren, Kuss, 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 Kuss für euch, geht an euch raus, falls ihr den Stream verpasst habt, könnt ihr gerne nachträglich schauen, der ist oben in der Infokarte verlinkt, es gibt da zwei Streams, der ist mir einmal abgebrochen, deshalb habe ich nochmal neun angefangen, also nicht wundern, da haben wir unter anderem auch die Diversion Rivals Rewards, also vom Play of the Month, die Rewards geöffnet, ähm, ich hatte ja eigentlich gesagt, ich mache das im Video, die letzten Spiele, aber ich habe mir gedacht, was ihr den Stream, und da haben ja uns die Rewards geholt, und genau, und wir haben uns auch Play of the Month, Mandy abgeholt, also falls ihr es verpasst habt, checkt unbedingt mal den Livestream aus, oben in der Infokarte ist er verlinkt, und genau meine Freunde, ähm, heute Video mit Bild, absolut Bild, ihr seht es ja schon im Titel, in dem Thumbnail, aber zuallererst kriegen wir hier von EA was geschenkt, und zwar eigentlich No Room for Rassism, Rassim, glaube ich, heißt es auf Englisch, also halt, nein, zu Rassismus, ist ganz klar, Jungs, wir dulden kein Rassismus, das ist abartig, ähm, jeder wird gleich behandelt, und was kriegen wir hier, ein Trikot, oh, okay, sehr nice, wir kriegen hier, Da habe ich wohl nicht richtig gelesen, wir kriegen Peter, right? Äh, EA, okay, äh, danke, äh, hä, ich weiß nicht, was ich sagen soll, äh, danke EA, wir kriegen einfach kostenlos eine Eiken, alter, EA, vielen, vielen Dank, wir sind auf jeden Fall am Handschlag, Wo ist denn das Trikot, ich würde es reinmachen, und ich mache auch Wappen rein, ich mache auch Wappen rein, hier, Leute, ich stehe ja ganz klar hinter, wo ist es, alter, geil, danke EA, man, ich bin lost, das ist ja nicht hier, das ist hier, äh, dankeschön EA, auf jeden Fall, kuss, 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 das ist hier hinten, äh, Warte mal, Leute, ich bin, glaube ich, ich bin, glaube ich, gerade lost, Oh mein Gott, ich bin so lost, Alle mal lost rein, Jungs, alle bitte mal lost rein, spam, ich kann mal nur so lost sein, ich schäme mich gerade, ich schäme mich gerade, Jungs, es tut mir leid, für diese Peinlichkeit, die gerade eben war, ähm, aber ich will mich nochmal Peter Wright angucken, Sehr nice, hat ganz so liebe Stats eigentlich, Hm, geil, Auf jeden Fall sehr sehr nice, Jungs, wir werden heute auf jeden Fall, ja, eine Eskalation Starten, ähm, Wir werden uns auf jeden Fall Das hier holen, Und wir werden uns das hier holen, Das hier, dann können wir uns nochmal eine Event-Igene abholen, Ähm, ich weiß, es macht eigentlich kaum Sinn, aber Ich mach's trotzdem für das Video, Jungs, Und, genau, da können wir uns hier auch immer noch eine eigene abholen, Und ich würde sagen, ich kaufe jetzt erstmal das erste Angebot, jawoll, es geht, bis gleich, So, der Kauf war erfolgreich, Let's go, es gibt, glaube ich, eine Pack-Animation, Also, wenn wir jetzt hier wirklich reuzen, ich raste komplett aus, Jungs, ich raste komplett aus, Drei, zwei, eins, Let's go, Wir ziehen, können, Nikitia, Nikitia, okay, 87, Okay, 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 87, Abhol, Wo ist er denn? Das kann ich dabei, ja, mein, Huch, Wenn es Back, Wenn wir nochmal einen anderen Tag öffnen, Aber, Jetzt erstmal nicht, Äh, ist der noch was? Bringt der noch was? Wo ist der Kollege? Hier, Na, okay, Schmutz, 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 Jungs, Weg ihn rein, Ins, Eggenpack, Ähm, Warum geht es auf die Liga, Jungs? Ey, ich bin schon wieder so lost, ne? Ich bin schon wieder so maximal lost, Ähm, Genau, Hier, Zack, Let's go, Ich öffne das mit den Gems, Free2Play natürlich, Und wir kriegen 1,5 Millionen Münzen, Die schmecken auf jeden Fall, Die schmecken auf jeden Fall, Und dadurch können wir uns jetzt hier eine eigene Abholung, Jungs, Ich hab drauf gedrückt, Ich hab drauf gedrückt, Okay, Ey, wenn wir jetzt da nett ziehen, ne, Wenn wir jetzt da nett ziehen, Jungs, 3, 2, 1, Let's go, Komm schon, Gönn, Gönn, Lea, Oh, EA, EA, Grad, Irgendwann habt ihr mich noch so beglückt mit Peter Wright, Jetzt krieg ich die Lippen an, Aua, Mein Herz, Jungs, Mein Herz, Es wurde gerade rausgenommen aus meiner Brust, Auf dem Boden geschmissen und einfach draufgetreten, Einfach richtig fett draufgetreten, Es tut so weh, Oh Mann, Jungs, Oh Mann, Oh Mann, Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen, Ich werde mir auf jeden Fall nochmal hier was holen, Und dann können wir uns auf jeden Fall hier hinten nochmal 88 plus Spieler abholen, Aber das dann in einem neuen Video, Meine Freunde, Ich würde sagen, Dass das gewesen sei mit dem Video, Wenn es euch gefallen hat, Lasst gerne ein Like und ein Abo da, Ihr wisst, Ist alles kostenlos, Müsst ihr nicht, Aber würde mich natürlich sehr, sehr freuen und supporten, Jawohl, Jungs, Wir sehen uns morgen zu einem neuen Video wieder, Morgen neues Event, Leute, Jawohl, Alter, Die heute neues Event, Ich nehme mir besonders auf, Ich bin so los, Ich bin so los, Jungs, Heute neues Event, Seid gehoert, Genau, Wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen zum neuen Event wieder, So, Jetzt habe ich es und ja bis dahin Leute haut rein, Bis dahin und ciao,